Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles, auch hier nochmal oben rechts der kleine Hinweis, bing, dieses Spiel wurde nach Kostums vom Entwickler von Funkum zur Verfügung gestellt. Wir schauen uns noch eine Folge lang ein bisschen um hier und wie ich in der letzten Folge gesagt habe, wenn ihr Bock habt, schaut auf twitch.tv.ramblp, da spielen wir immer mal wieder Conan Exiles. Wenn ihr also Bock auf das Spiel habt, dort seid ihr herzlich willkommen mitzumachen, da spielen wir aber allerdings einen anderen Charakter, ich habe mir extra jetzt für das Let's Play, also für die Aufnahme für YouTube einen neuen Charakter erstellt, damit man das von Anfang an mal sieht und alles. So, hier sind auch schon ein paar Fasern nachgewachsen, Fasern, damit ich gleich noch eine Truhe machen kann. Dann probieren wir dann gleich mal auch ein bisschen den Hausbau voranzutreiben. Ich weiß nicht, ob mein Haus so schön wird wie das da oder eher so aussieht wie hier. So. Ähm. Wir können nämlich... Wäre schön, wenn wir uns hier das irgendwie so ein... Klamüsern hier, also alles für uns claimen mehr oder weniger. Ja, wir schauen mal. Achso, wir können die Steine natürlich mal wieder aus der Kiste holen. Damit wir dann auch, äh... Ne, Tier heute... Wollte ich heute nicht, ich lege dafür mal gerade alles andere. Ne, ich glaube Holz brauchen wir. Aber so ein bisschen Kram mache ich weg. So, jetzt schauen wir doch mal. Äh... Sandsteindecke, Sandsteinfundament. Wir können 10 herstellen. Ähm... Ja, machen wir auch mal. Wir stellen mal alle 10 her. Und witzigerweise, die wiegen weniger als die Rohstoffe. Aber gut, ich sag nix. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Sandstein... Oh, die hätte ich natürlich hier unten reinziehen können. Sandsteinfundamente. So. Das Land is already claimed. Aber hier, ab hier hat es irgendjemand von irgendwo, wie auch immer, geclaimed hier. So, wir probieren dann mal. Und jetzt ist das Problem, dass es da nicht einrastet. Das versteht, da rastet es jetzt ein. Aber hier neben halt nicht. Das heißt, wir müssten dann wahrscheinlich... Eine Etage höher bauen. Genau, da rastet es dann ein. Dann machen wir so... Eine kleine Erhöhung... Äh... Über Fundamente dann. Ähm... Weil ich glaube, jetzt z.B. eine Tür könnte ich dazwischen jetzt nicht bauen. Okay, da brauche ich natürlich auch noch Stein für. Ähm... Dann müssen wir nachher mal lernen, wie wir eine Treppe bauen. Dass wir dann eine Treppe... Da hochbauen können. So, und hier überlagert es jetzt, glaube ich, mit dem Kram da. So, das heißt, wir machen erstmal alles leer. Und gehen jetzt gleich wieder... Ähm... Steine kloppen. Können auch erstmal die Spitzhack erbrieren. Ihr seht den Balken da unten. Da geht es dann kaputt. Und mit Steinen können wir die reparieren. Dann ist sie wieder einigermaßen... Äh... Benutzbar. Äste brauche ich eigentlich nicht so dringend. So, da haben wir wieder den Typ. Der ist schon wieder respawnd. Steht aber an einem Stein. Und da möchte ich ihn dann gerne weghaben. Weil den Stein würde ich gerne haben. Ich hole schon mal aus. Und schlage zu! Also man kann, glaube ich, die Schläge aufladen. Auf jeden Fall... Wenn man, äh... Die linke Maustaste gedrückt hält, holt er halt aus. So, ich höre noch irgendwas... Kraxeln da, ihn da. Aber der interessiert sich noch nicht für uns. Das ist gut, dann lassen wir den erstmal. Wir wollen ja Stein. Das Fleisch, äh... Verdirbt halt auch, weil man das im Inventar hat. Ob es nun roh ist oder gebraten. Es verdirbt. Ich weiß nicht, ob es sich länger hält, wenn es gebraten ist. Das kann natürlich sein. Da bin ich mir aber nicht sicher. So genau habe ich das noch nicht, äh... Mir angeguckt. Ich habe auch erst, glaube ich, drei oder vier Spielstunden. In diesem Spiel. Also bin auf gar keinen Fall ein Pro. So. Hier steht ein Lagerfeuer. Die Frage ist... Ist das Lagerfeuer von einem Spieler? Was ist das denn leckeres? Kann ich damit irgendwas... Oder ist das von den NPCs? Genau wie dieses Haus da ist, weiß ich auch nicht. Okay, wir kümmern uns erstmal nicht weiter drum. Aber ich würde sagen, da da kein Interaktionssymbol kam und auch nicht stand hier, gehört dem und dem, äh, das ist dann von NPCs ist. Da muss man aufpassen, wenn die gleich nicht respawnen. Wie sie im Chat genannt werden, hier die Wilden. Ich glaube, mit denen kann ich es so noch nicht aufnehmen. Nackt. Und, äh... Mit nur einem Steinschwert. Das kannst du halt vollknicken. Ist das nur ein Hase? Das ist okay. Der Hase darf gerne da sein. Ich glaube, nach diesem Stein werden wir überladen sein. So, den kann ich gerade noch mitnehmen. Wunderbar. Dann eilen wir zurück. Da sehen wir schon unser Fundament. Wer ist denn der Nachbar da? Ich hoffe, die meinen nicht mich. Also ich weiß es nicht. Das heißt, ich hoffe, kann natürlich sein, dass sie mich meinen. Dann sage ich, hallo. Hat sich mir noch nicht vorgestellt. Meinen die mich? Was ist hier? Ne, die reden ja von einem schönen Haus. Oh, wir haben ja ganz viel Stein bei uns eigentlich. Warum sind wir eigentlich so weit gegangen? Na, egal. Okay, ähm... Sandsteinfundament. Gucken wir mal, 10 herstellen. Wir müssen gleich mal wieder Holz sammeln gehen. Holz? Oder haben wir Holz noch in der Kiste? Ein bisschen haben wir noch in der Kiste. Der sagt jetzt mal gucken und gucken, ob jetzt einer zu mir kommt. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil die von schönen Häusern reden. Und hier in der Nähe sind gar keine schönen Häuser. Ach, jetzt habe ich schon alle Steine verbraten? Was? Tatsache. Alle Steine verbraten. Okay. Hier kommen wir jetzt natürlich nicht rum, weil da die Dinger im Weg stehen. Das heißt, wir bauen erstmal hier weiter. So. So, zack, 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 sodass wir das alles auf eine Höhe kriegen hier. Hier zum Wasser hin können wir das ja so lassen. So eine kleine Terrasse zum Wasser. Ist ja auch ganz schön. So. Jetzt können wir hier die Steine, müssen wir gar nicht so weit verlaufen. Die Steine haben wir direkt hier vor der Tür sozusagen. Und ich weiß noch nicht genau, was dieses Zuflucht... Ihr habt es vielleicht eben links oben gesehen. Was dieses Zuflucht bedeutet. Äh, das war nicht wirklich voll, weil... Es ist halt kein Zuflucht, was wir hier gebaut haben. Es sind erstmal nur ein paar Fundamente so in der Wand. Ich hatte es aber schon mal, dass es voll war. Unter Wasser ist es auch voll. Auch sehr nice. Okay, die reden nicht über mich. Aber ich bin da auch noch, äh, ganz am Anfang. Und dazu noch ein schrecklicher Noob. Also von daher... So. Ein bisschen Stein geht noch. Wir haben noch was in der... Wir können noch was tragen und haben schon wieder ein Level up. Das ist sehr schön. Und dieser Stein, den kann man einfach so mitnehmen. Das ist manchmal komisch. Die Steine sind halt manchmal sehr klein, wie diese hier. Manchmal eher groß. Und man kann sie trotzdem alle so von Hand direkt mitnehmen. Der war es manchmal sehr groß. Es sind trotzdem nur drei Steine. Das scheint halt auch nicht irgendwie näher zu sein. Vielleicht ist mein Spitzhacker kaputt. Und da ist noch ein Ast drunter. Ähm, okay. Mal den Stein machen wir noch weg. Ich hoffe, das hält meine Spitzhacker aus. Ja. Hält sie gerade noch aus. So, da hören wir fliegen. Wahrscheinlich ist mein Fleisch verdorben. Deshalb hören wir fliegen. So, dann können wir direkt nochmal... Hier ein bisschen weiter bauen. Okay, fehlgeschlagen. Aber keine Ansage, warum. Da ist es. Okay, manchmal... Es ist halt so... Warte, wir können ja einfach mal... Alle, die wir noch können, erstmal herstellen. Weil man kann auch, wenn das so im... In der... Im Schnellzugriff ist... Kann man das auch direkt einmal herstellen dann. Und, äh... Aber halt... Man kann ja keine Warteschlange erstellen. Was herstellen. So, da drunter geht nicht. Hier dran können wir nicht... Ich verstehe das manchmal nicht, warum das nicht geht. Vielleicht bin ich einfach nur zu doof. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann da halt nichts... Manchmal an Stellen nichts dran bauen. So. Äh, schauen wir doch mal, ob wir denn irgendwie... Treppen oder irgendwie sowas lernen können. Hier, Sandsteintreppe. Genau. Die brauchen wir auf jeden Fall. Äh, hier. Leibeigenenfänger. Ein schwerer Knüppel, um Gegner auszuschalten. Lesser Wheel of Pain. A wheel that strengthens the body as it breaks the mind. Ein Faserfesseln. Da kann man halt diese... Eingeborenen mehr oder weniger halt... Äh... Einfangen damit. Sandsteinsäule, weiß ich nicht. Steindolch. Hat mir nicht so gefallen. Gerber. Da können wir Leder herstellen. Da holen wir das mal. Und den Rüstungsmacher. Damit wir auch vernünftige Rüstung herstellen können. Hier zum Beispiel. Brauchen wir aber halt Eisen für. Dazu bräuchten wir den Schmied. Den schalten wir auch mal frei. So. Wir können hier noch ein bisschen... Wir machen ein bisschen Stärke. Da muss ich, glaube ich, mehr Schaden machen. Prinzip Belastung auf jeden Fall. Damit wir mehr tragen können. Überleben nehmen wir auch noch mit. So. Ja, ja. Aufsteigen. Achso, ich könnte noch Rezepte lernen. Ich habe noch einen verfügbar. Ah, komm. Dann leeren wir eine Fackel. Kann ja auch nicht schaden. Äh, so. Treppe. Was brauchen wir denn da? 50 Steine und 5 Holz. Okay. Da vergammelt schon wieder mein Fleisch. Ich droppe es und lasse es hier einfach liegen. Das heißt, wir gehen nochmal ein paar Steine holen. Und wir sind sehr nett im Chat hier. Vendron und Kirana unterhalten sich dann die ganze Zeit. Es gibt auch einen In-Game-Voice-Chat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den habe ich aber noch nie benutzt. Und ich weiß auch nicht, welche Tasten ich dafür drücken muss. Und der ist, glaube ich, noch fest. Ja. Und schauen wir gleich mal, dass wir ein paar Wände und vor allen Dingen erstmal die Treppe, dass wir da halt auch in unsere Wohnung auch rein können. Dann bauen wir uns da drinnen dann nochmal neu auf. Also mit Bett und Lagerfeuer und so. Das soll ja nicht alles draußen stehen. Achso, ich wollte gerade sagen, es liegt da auf unserem Fundament. Aber es ist natürlich unser gedropptes Fleisch. Das Vergammelte. Gucken, dass wir nochmal 400 Steine zusammenkriegen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Holz. Dann fällen wir noch hier ein paar Bäume. Aber ich muss sagen, es fasziniert mich schon länger als Ark. Ark habe ich ja auch. Ist ja sehr, sehr ähnlich. Aber ich muss sagen, Conan Exiles finde ich dann schon irgendwie cooler. Ich weiß auch nicht, warum genau, aber... Obwohl ich halt in keinem Spiel, also weder in Ark noch in Conan Exiles sehr weit gekommen bin bisher. Also hier überhaupt nicht. Im Stream sind wir schon am weitesten, aber das ist unser Haus. Das ist so ein Krüppelhaus geworden. Tut mir leid. Aber es sieht wirklich schlimm aus. Ihr müsst mal in die Streams kommen. Wenn ich Conan Exiles streame, dann könnt ihr euch angucken, wie man auf gar keinen Fall Häuser baut. Nämlich so wie ich. Also ich gucke... Ne, wir lassen das mal lieber, bevor wir uns gar nicht mehr bewegen können und irgendwas wegschmeißen müssen. So, ähm... Wir schauen mal nach der Treppe. Stellen wir eine her. Und dann mal so ein paar Mauern. Dann machen wir erstmal alle. Damit wir uns hier schon ein bisschen... Äh, obwohl, warte, stopp. Wir wollten ja auch noch einen Türrahmen. Machen wir mal zwei für jede Seite ein. Der Rest kann dann in Wände erstmal. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Treppe. Guck mal, die könnte da... Perfekt. Da, 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 da. Ha, sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. So, äh, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht an die Treppe eine Wand dran bauen. Was ich super finde, dass hier dran steht, Außenseite. Damit man... Ne, damit man das halt weiß. Also das, äh... Sonst baut man das vielleicht falsch rum oder so. So. Da haben wir unsere Tür. Guck mal, eine Wand hin. Es ist auf jeden Fall... Das Haus ist jetzt schon schöner als das, was ich im Stream gebaut habe. So. Ah, an der Seite muss ich mal gucken. Da muss ich auch nochmal gucken. Hier würde ich ja eigentlich gerne weiterbauen. Äh, das heißt... Guck mal, wenn wir alles nehmen. Sind wir nicht überladen, das ist sehr gut. Dann können wir die mal, äh... zerlegen. Dann kriegen wir ja immer noch ein bisschen, ähm... Materialien zurück. So, dass hier, äh... Frei ist, dass wir hier weiterbauen können. So, das heißt, muss ich mal gucken, dass ich eben mal nochmal ein... Ich hoffe, ich kann noch ein Bett machen. Ich brauche noch, äh... Drei Zwirn. Eins, zwei, drei. So, dann bauen wir uns ein neues Bettchen. Das legen wir dann hier in unsere behelfsmäßige Zuflucht rein. So, Spawnpoint aktualisiert. Sehr gut. Ähm... So, jetzt hätte ich gerne noch eine neue Kiste, die wir dann auch hier drinnen hinstellen. Brauchen wir 14 Zwirn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizeit, 14. Hätte ich auch hier zehn machen können und dann vier. Aber ist mir egal. So. Eine Kiste bitte. Dankeschön. Die ziehen wir hier rein. Die ziehe ich mir rein, die Kiste. Und stelle sie hier ans Bett. Ist so meine, meine Nachttischkiste. So. Dann können wir dann direkt wieder ein paar Sachen reintun. Zum Beispiel das rohe Fleisch. Alles, was wir gerade nicht unbedingt brauchen, das können wir direkt droppen. Rinde zum Beispiel, Samen, Eier, bla bla bla. Das kommt da alles rein. Äh, die Äste brauchen wir auch gerade nicht ad hoc. Wir brauchen halt Holz und Stein. Pflanzenfasern vielleicht auch noch was. Okay. Äh, wir brauchen Holz und Stein. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt und ich sage mir nicht genug Ressourcen. So. Und jetzt mal noch ein paar Steine, dass wir noch das Fundament ein bisschen weitermachen können. Das würde ich nämlich gerne noch in diesem letzten Teil des Let's Shows noch machen. Also außer ihr habt halt, ihr sagt, es macht mega Bock, da zuzugucken und zu hören. Dann mache ich natürlich doch gerne weitere Folgen, weil mir macht das Spiel echt Spaß. Und ich spiele es auch abseits vom Stream. Und, äh, abseits von YouTube dann natürlich auch. Und wenn ihr sagt, ey, das ist super, macht echt Spaß zuzugucken, lasst mich das wissen. Dann mache ich da gerne mehr Folgen von. Ansonsten würde ich das auf Privat und, äh, Stream beschränken. Aber das ist ganz allein euch überlassen. Wenn ihr Bock drauf habt, die Leidensgeschichte des Reindeert hier zu sehen, der irgendwie, äh, Jugendliche unsittlich angefasst hat, was mir sehr unangenehm ist, dass das da eben stand am Anfang der ersten Folge. Ähm, da hatte ich schon lustigere Sachen. Zum Beispiel irgendwie schlechte Zeichensetzungen. Das war mein erster Charakter, der wurde wegen schlechter Zeichensetzungen ans Kreuz genagelt. Ich meine, das kann man mal machen. Das ist die richtige Strafe. Und, äh, die Rechtschreibfehler liefern, äh, die Leute dann immer aus. Guck mal, diesen Stein kann ich zum Beispiel einfach so mitnehmen. Die ist noch eine Fettraupe. Hm. Ähm. Da scheint aber keiner mehr zu spawnen da hinten. Also gucken, ob wir den Stein noch mitnehmen können. Sonst kann ich vielleicht auch noch aufsteigen und ein bisschen Belastung noch skillen. Okay, es hat gerade so gereicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir unser Fundament noch ein bisschen erweitern können. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit in der, in dieser Folge. Schauen wir mal, ob wir das denn hier nicht weitermachen können. So, äh, Fundament. Können zehn herstellen. Nein, das ist... Ah! Kommst du denn her? Nein, nimm das schwer. Kommt der denn plötzlich her? Ich baue hier gerade Fundamente, Alter. Alter. Ich glaube, es hackt. Mal gucken, ich brauche mal gerade ein Lagerfeuer. Äh, 50 Äste, 30 Stein. Habe ich beides jetzt nicht mehr. Eine Äste hätte ich noch. Ah, ich habe ja noch... Okay, ich habe noch Essen. Ich hoffe, das macht auch ein bisschen Hilfe. Wir essen einfach mal alle, bevor die weg sind. Macht... Na doch, ein bisschen. Okay, so. Wir haben jetzt noch Fundamente. Jetzt können wir die auch hier weiter bauen. Perfekt-Tomato. So, ich würde auch hier gerne so ans Wasser ran. Nein, nicht da unten. Nein. Nicht da unten. Ja, komm. Äh, zwei Linder. Wir müssen ein bisschen was zurückkriegen. Oh, ich bin durstig. Nein, ich stehe ans Wasser. Gut, dass wir am Wasser leben. Können wir mal schnell trinken. So. So. Na, es zuckt so. Es soll... Es soll da hin. Sehr gut. Da hin. Da hin. Perfekt. Da geht es dann wieder nicht. Was sehr schade ist. Okay. So. Waren wir mal die letzten Wände hier dran. So. Dann hätten wir das schon mal geschafft. Das sieht doch eigentlich gar nicht so scheiße aus. Wenn jetzt hier... Ist halt die Frage... Hier kann man jetzt nichts bauen. Das heißt, ich müsste das Haus wahrscheinlich so weit bauen. Oder das Fundament hier hinten höher setzen. Also hier noch eins drauf. Und so eine Art zweite Etage. Damit ich da dann auch noch... Äh... Hin kann. Wir packen mal wieder ein paar Sachen... Äh... Ins Inventory. Kann ich denn noch meine... Spitzhacke reparieren? Und das reparieren. Und das reparieren. So gut. Jetzt haben wir auch keine Steine mehr. Wir könnten noch ein bisschen aufsteigen. Nehmen noch... Belastung, Belastung und Stärke mit. So. Was haben wir noch für Rezepte, die wir lernen könnten? Bogenschütze finde ich nicht so geil. Leichter Brustpanzer. Den schalte ich mal frei. Kerze, leichte Scherpe. Eine locker sitzende Stoffscherpe. Wow. Ähm... Warte mal. Wir können ja erstmal gucken. Amorous Bench. Da braucht man halt echt einiges für. Rezeptierhaut aus dicker Haut. Okay. Hier können wir... Für die Gerberei brauchen wir auch ziemlich viele Sachen. Für die Blacksmith natürlich auch. Für den Ofen brauchen wir nur Steine. Das scheint so... Äh... Da ziehen wir uns auch gleich live an direkt. Die muskulösen Beine werden auch verhüllt. Und die Füßchen auch noch. Sehr gut. So. Da haben wir ein bisschen Rüstung. Rüstung 9. Determine, wie gut du mitgegernst du von Attacken. Calculiert beim Armour-Eins und Agility. Standfestigkeit. Determine, deine Rüstung zu werden. Back or down. Ah, okay. Das gibt es also auch noch. Ja, das ist jetzt unser... Äh... Angefangenes Häuschen hier. Ist der da hinten? Das würde ich jetzt gerade nochmal gucken. Dann machen wir Schluss für dieses Let's Show. Liegt hier immer noch einer bewusst... Liegt hier immer noch jemand bewusstlos rum? Kann ich da irgendwas mit machen? Ich kann sie looten. Ich weiß nicht, ob da... Ist das ein Spieler oder ist das... Ja, okay. Es ist ein Spieler. Die liegt bewusstlos daneben. Dann lassen wir die mal in Ruhe. Ich möchte ja nicht irgendwie was klauen oder so. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir hier in unsere behelfsmäßige Zuflucht. Ich glaube, an der Wand gibt es einen kleinen... Oder in der Ecke gibt es einen kleinen Zufluchtsbonus. Ja, hier. So. Das soll es gewesen sein. Ich danke nochmal. Fun. Konfiniki. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auf YouTube mehr von Conan Exile zu sehen, lasst mich wissen in den Kommentaren. Und mit Daumen nach oben. Und wenn ihr allgemein mehr Conan Exile sehen wollt, schaut auf Twitch.com. Dort streamen wir das Spiel häufiger mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Andere Let's Play. Stream, Rechtschrappfehler oder bei Aldi an der Kaste. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.